der Mann Haller Prozent Prozent was möchte denn es nicht Eintrittskarte das macht man 8.000 Euro habe ich nicht ja dann dann ein Blutjob alles klar hoch überraschend was sind das ein Schwimmen oder ein Schwimmer ich höre den Nio Freibad was könnte es nur sein aber was haben wir denn hier drei Meter drei Meter drei Meter fünf Meter ich gehe mal auf drei Meter weil ich hab Angst yeah ich trau mich mehr als du das werden wir sehen oh hier fehlt die Stufe hoppla komm nein ja das ist immer noch Early Access und vielleicht muss man rechnen ich mag springen oh blutig und wage ich es von ganz oben oder hatte meine Oma mich schon vorgewarnt das weil ich heiße in der vierten Stuhl und es ist nur scheiß ja aber wird alles noch behoben hoa wenn ja 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 komm wir beobachten ihn mal ich hab nicht was soll das ich hab nicht gespannert da fehlt noch ein boden wollte ich dir nur mal so sagen oh hier oh nein naja wie schon gesagt early access ja man nicht alles so richtig fehler vorhanden ganz viele aber das wird sobald wie möglich behoben hier ein meter so und dann gibt die geben wir uns mal wieder hinaus ein schönes vergnügen was hier war scheiße ha 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 witzig das hat man nicht gehört denn es nö eigentlich nicht nur glaub ich als ich reingegangen bin also ich hab's gehört so dann begeben wir uns mal hast du überhaupt den sound an ja ganz leise ok dann begeben wir uns mal hier hin was ist das was ist das ein paar schalter sind betätigt aber nicht ja genau ihr müsst herausfinden was sich dahin verbirgt ich hoffe ihr findet heraus was das damit auf sich hat so wo gehen wir lang ja hier alles klar immer schön den Weg entlang ein Bauern oh ein Schafe oh erotisch da fehlt auch ein Teppich da ging keiner hin naja egal und hier es bleibt so ja das will ich jetzt hey hier kommt hier kann man gar nicht rein man kann nicht raus weil man sonst sie Tiere töten müde und dann würde man so an Nahrung kommen ah eine geheimsvolle Scheune denn das ja da möchte ich jetzt trauen wir uns da rein irgendwie möchte ich da nicht rein egal dann platzen wir es nein Dennis komm komm ich noch raus wir sind Schisser ich müsste selber herausfinden was da drin ist genau aber am Anfang habt ihr ja gesehen es war Heu ho 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 dann begeben wir uns mal weiter hier lang den Weg entlang aha was haben wir denn hier die Sauna ich möchte mich davon selbst überzeugen oder nein ja nein da dürft ihr euch selber überzeugen ob es wirklich eine Sauna ist oder nicht das schaut auch unheimlich aus Dennis ja eine Pyramide der ist da drinnen ein Pharao eine Mumie oder einfach nur Zombies hehehe ich glaub das wollte selber herausfinden wir haben kein Weg mehr natürlich dahinter erlaubt ihr durch die Wiese wir begeben uns auf den Weg zum Tod durch die Wiese da kommst du nicht vorbei weil ich nur so du hast es gesehen denn es ja das ist der Nil ja der Nil dann gehen wir erst hier hin und dann nachts zunächst wunderschön großen schwarzen Gebäude ja das aber uh was sehen wir denn da oh was denn das ein Bäumchen ich hab mich bescheuert hehehe 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 ein Bäumchen hehehe hehehe ähm ja okay ich gehe ertrinken aber sonst nicht hä komm ich jetzt hier wieder raus oh hier ist auch ein Fehler AAH Scheiße hier ist mehr als nur ein oh man oh Gott ich komm hier nicht mehr raus das seh ich jetzt schon wo bist du irgendwo reingefallen hä wie ist es da auch ein Fehler ich weiß es nicht hier einfach gerade hoch es geht nicht doch es geht kein Fehler wo bist du ich versuche gerade hochzukommen ich bin zu dumm dafür ich sehe dich nicht bewegt dich mal ehrlich gesagt ich weiß gar nicht wo ich bin bewegt dich mal ich bewege mich Moment ach ich hab den Ausgang glaube ich ich glaub dass der Ausgang war hä was hast du gemacht ich hab geiler aber ich bin irgendwo reingeflogen und jetzt kommt hier nicht mehr raus ah hier bin ich da ich bin bei dir AAH ja jetzt gerade hoch schau hier Moment hier nein das ist falsche ja jetzt hab ich's jetzt hab ich's ich seh nix mehr ich seh nix ja jetzt bist du da wo bin ich jetzt bist du da wo ich war hier kann man nicht mehr raus ja ich weiß das ist ein Problem ah doch nein ich war nur im Wasser hoppla oh man jetzt geht weiter hoch viel weiter hoch so kompliziert glaub ich find jetzt mich sowieso nicht mehr hier bin ich hier jetzt schon wieder ja da bist du vollständig das ist anscheinend geht's über Tuche ich hab keine Ahnung hier hier jemand ah hier hier und hier dann zeigen wir euch mal die wunderschöne zombie freie zone hier sind auch noch ein paar fehlen landen ja einige aber es wird schon noch Wunderbar schön Kicken wir ihn runter äh geht nicht hey wei müsste man anmachen eigentlich wär viel witziger da könnte man jeden da runter hauen ja deswegen ihr ja so ok ja hallo ja ein bisschen Spaß muss sein dann ist die Welt voll Sonnenschein genau gut dann m lecker und so zu sagen dass es schmeckt das auch dann sehen wir hier in der wunderschönen essen dann gehen wir mal hinterher das war voll kompliziert normales Feuer konnte ich nicht machen das Bauhaus ist dreimal abgefackelt was haben wir denn hier? Betten? Falz wenn er zomifreien Zone Leben will und hier haben wir ein wunderschönes Fußballfeld ob es runter tropft aber ok nein, ich sehe hier gar nichts bei mir? kommt es mir? bei mir tropft es hast du getrunken oder was? hier ist gar nichts bei mir ist echt nix echt jetzt also bei mir ist nix kannst du sehen dann also hier haben wir ein Fußballfeld ja man, komm ich schieße jetzt ist eine Fälschung dann gehen wir noch einen Stock höher oh wunderschönen Sonnenaufgang oder Untergang man weiß es nicht keine Ahnung gehen wir mal hier rein ein Schwimming Schwimming-Pool, Wasser, ui jawoll gut und jetzt wollen wir wollen wollen wir äh müssen wir wieder runter ah leider aber das war noch nicht alles von unserer wunderschönen Zombie-Map nee, noch lange nicht es ist zwar die Early Access, aber trotzdem ist da mehr als genug wie lange haben wir dran gearbeitet denn das weiß es noch? Moment, ich könnte es euch zeigen Statistik da seht ihr die Spieldauer 4 Stunden äh naja, geil 4,43 Tage ne, ok also insgesamt die ganzen Stunden wo wir gespielt haben alle Tage zusammengerechnet ja, genau dann sehen wir hier mal bisschen was an zu oft bin ich verreckt naja, ok dann gehen wir auf Blöcke dann zeige ich euch wieviel wir mal gebaut haben aber da müsste ich jetzt mal erstmal aus dem Wasser raus und dann trinke ich ja naja, wäre wahrscheinlich besser ja, jetzt zeige ich euch gleich soviel ich hier endlich draußen bin gut, dann zeige ich euch die Blöcke wieviel wir benutzt haben hier ist Stein 64 Dirk naja, ich tu mal überall mit Maus drauf dann könnt ihr selber lesen sind die Zahlen zu hoch oder was? nö, naja, obwohl hier Pflastersteine mathematisch, grammatischer das meiste was wir benutzt haben sind Sandsteine 51.000 mal wofür du, hä, keine Ahnung Dennis weil, wüsste ich auch nicht ich stehe ja nur davor ja, ja, es steht nur davor so, dann zeige ich euch mal, ähm naja, obwohl das steht, dann sieht man hier na gut dann begeben wir uns wieder weiter da, da, da ja Sandstein, ne, hier Dennis ja was das wohl darstellt hier ist, hier ist der Nil was das wohl darstellt, würde ich gerne wissen tja, das weiß man nicht hier, hier war ein Schaf ne, ich glaub, weil ich hab das einmal ein bisschen größer gebaut, als ich eigentlich wollte es war ein Schaf, Dennis oder ein Schaf ein Schaf ein Schaf der war total scharf auf dich ja, man, ha hier sehen wir eine undurchdringliche Mauer wenn du springst, bist du schneller ups, die Mauer auch Leertaste bleiben ja, ja, du mich oh, noch mehr Schaf, Dennis hm oh, was sehen wir denn da für ein Gebäude oh, no ich glaub, das Kreuz verrät ist ja Leichenhalle ja, genau wohin zuerst gehen wir mal hier rein das ist zwar auch noch in der Entwicklung, sozusagen aber ist fast so gut wie fertig fangen wir hier an, oder? wo, wo? was denn das? ah ja, hier 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 hast du andere Steine verwendet ja ok, hier schauen wir nicht hinten, Dennis nein, hatte ich auch nicht vor ich hab ja gesagt, es ist noch nicht fertig ja dann gehen wir mal hier ja, ich jetzt mal hier sieht man genau das selbe ja dann sehen wir hier Zellen also ein kleiner Tipp wenn ihr aufs Dach hier hoch geht und wenn dieses Unbekannte reinspringt kommt hier nicht mehr raus ja genau dann haben wir hier Zellen ich glaub, eine Zelle ist fertig die zeige ich euch mal so werden die Zellen ausschauen so in der Art aber rein möchte ich jetzt irgendwie nicht ne, ich hab Angst was ist denn das hier? ach, ne 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 also hier ja das, ja, keine Ahnung was gibt's noch hier? das ist ja noch nicht fertig denn wie schon gesagt das ist ja noch meine LXS und das ist noch nicht fertig bearbeitet und das kommt noch oh, ne Pisser ich schau mir in die Leichenhalle genau in die wunderschöne da gehen wir lieber den wunderschönen Weg ne, hier waren Schafe hier waren definitiv Schafe ja, sau viele sogar ne, er fängt viel an die Fressen, einfach alles bis auf Bäume was haben wir denn hier Gefängnis und was haben wir hier? Krankenhaus doch keine Leichenhalle ne draußen bleiben nein ah, du Pisser bin eingedrungen hier haben wir in der Sitzbank oh, Dennis oh, oh, oh hast du das auf der Aufnahme? ja nicht gut das könnte ein gutes Versteck sein also Sicherungsposten springt man hier hoch dann hier hoch außer ich werde es ändern dann ist vorbei du kannst nichts abbauen ich weiß und dann kann ich regenerieren und dann macht irgendein Kumpel oder so einfach so und schon bist du am Arsch oh, wunderschön ouch, also hier haben wir die Rezeption dann gehen wir mal ins erste Zimmer rein ein Patientenzimmer oh, okay und hier steht sogar die Zimmerbezeichnungen dabei das ist vier ja, das ist nicht eins oh, wo ist denn die eins? wo ist die eins? ich glaub oben ah, hier nein, doch nicht hier naja mit einer wunderschönen Blume